Wie ist die Biografie von Nicky Hopkins? Und habe einen einzigen Song zusammen mit Nicky Hopkins komponiert und auch dann im Studio eingespielt. Und das wurde eine ganz neue, aber nette Freundschaft. Und wenige Monate später ist Nicky Hopkins dann gestorben. Mit 50 Jahren, viel zu jung. In Nashville. Und als es klar wurde, dass es jemand, der so im Hintergrund gearbeitet hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine Biografie über Nicky Hopkins schreibt, sehr, sehr gering war, habe ich mich entschlossen, dasselbe zu machen, obwohl ich eigentlich Musiker bin und kein Journalist. Und das war Mitte der 90er Jahre dann oder so spät 90er Jahre. Und es fing ein Unternehmen an. Vielleicht, wenn ich gewusst habe, wie lange das dauern würde und was alles dazugehört, hätte ich das nie unternommen. Aber das dauerte auf jeden Fall zehn Jahre. Vom ersten bis letzten Interview. Ich habe mit 130 Leuten gesprochen, inklusive Keith Richards und Pete Townsend und Steve Miller und Ray Davies von The Kings. Also quasi alle die Platten, wo Nicky mitgespielt hat, mit irgendjemandem konnte ich dann sprechen, der auch dabei war. Und diese O-Ton-Stimmen sind total spannend. Also das sind 30 Jahre Rockgeschichte. Der spielte als Sessionmusiker in London bei hunderte von Platten. Hunderte von Platten. So viele, dass man gar nicht feststellen kann, wie viele es sind. Und in einer Zeit, wo ein Studiomusiker konnte am Tag vier verschiedene Sessions spielen, kriegte das mit einem kleinen Bargeldabkommen bezahlt. Und dann würde das vielleicht ein Song, der millionenfach verkauft würde. Und er kriegte fünf Pfund für seine Arbeit. Also ein ganz interessanter Mann. Und ich war persönlich berührt von seiner Arbeit. Der spielt auf wirklich Dutzende von meinen Lieblingsplatten. Ich bin Vinylbesessener und habe diese ganze Sachen zu Hause. Und immer wieder taucht diese Name auf. Und ich habe großen Spaß gehabt bei dem Schreiben. Einige, ganz viele unbekannten Fotos entdeckt. Ganz viele unbekannten Fakten entdeckt. Und mit denen original seine Freunde, seine Produzenten, seiner Mitmusiker gesprochen. Und ich denke, das ist ein, man sagt es, jeder von uns ein Buch schreiben könnte über sein Leben. Also Niki hat mehr erlebt als die meisten von uns. Und ich hoffe, dass es macht Spaß beim Lesen, so wie das Spaß gemacht hat beim Schreiben. Und ich denke, das ist ein, man sagt es, jeder von uns.